diesen liebesbeweis hätten die wenigsten helene fischer zugetraut immer wieder gab es gerüchte dass helene fischer und ihr liebster thomas seite schon seit einiger zeit ein ehepaar seien jetzt berichtet die bild zeitung dass die beiden im dezember 2021 geheiratet haben sollen was vom superstar der schlagerbranche wohl kaum jemand erwartet hat helene soll sogar ihren bürgerlichen namen geändert haben nach dem bericht soll helene fischer ihren lebensgefährten thomas seitel am 11 dezember 2021 genau sieben tage vor der geburt der gemeinsamen tochter nala geheiratet haben von der ehe soll bisher nur der engste familienkreis gewusst haben der sängerin so die bild zeitung sei es wichtig gewesen den bund fürs leben ohne fans kameras und fotografen einzugehen helene fischer soll außerdem sogar ihren bürgerlichen namen geändert haben die musikerin so der bericht heiße jetzt helene fischer seitel ihr künstlername bleibe jedoch helene fischer ungewohnt helene fischer zeigt auf aktueller tournee ihre liebe die künstlerin ist seit april dieses jahres mit ihrer atemberaubenden bühnenshow auf tournee eigentlich zeigt helene fischer ganz selten momente ihres privaten glücks bei dieser tour jedoch präsentiert sich die sängerin mit ihrem liebsten thomas seitel nicht nur graziös sondern auch sinnlich im scheindlaffer licht bei der gemeinsamen performance hält thomas helene an den händen während sie hoch über der bühne schwebt dabei singt sie den song hand in hand bei ihrem letzten hamburg konzert am 15 april gab sie dem vater ihres kindes vor den augen von 12.000 fans sogar einen innigen kuss über den titel hand in hand sagte die sängerin der schweizer illustrierten die schweizer zu retten war die schweizer zucker wie kein konzert am 11.000 fans so far war das ganze ja hier sind der schweizer als das bekan die in hand die schweizer ist und treuer sie berührt folgen auf ihren schweizer so verifern sich und ich will jetzt weiß nicht nur dass die schweizer so gut wie wenn es sich die schweizer ist für die schweizer